Aber wenn die armere Hälfte der Bevölkerung nichts besitzt, wenn die zehn Prozent der reichsten über zwei Drittel des Gesamtvermögens verfügen, dann stimmt damals politisch nicht. Jetzt ist Zeit zu handeln. Wichtige öffentliche Ausgaben müssen stärker von denen finanziert werden, die es sich auch leisten können. Wir besteuern große Erbschaften, große Vermögen und Konzerngewinne stärker und bezahlen damit für gute Bildung und mehr soziale Sicherheit. Nur mit dieser Umverteilung von den reichsten ein Prozent zur Mehrheit der Gesellschaft lässt sich Chancengerechtigkeit herstellen. Gemeinsam machen wir das Land gerecht. Jetzt die Linke.